Frenkel frotzelt Heute Let's play Lollipop-Chainso Noch einer Noch einer So, jetzt Die Hand wieder Nein, die Zunge Nein, die Hand um sich abhackt Jetzt Verflucht Hör auf mich zu lecken Ich werde so glücklich, wenn du diesen Mann zu töten Okay, es ist wirklich die Hand, die ich da so Stück für Stück zerlegen soll Ich hab keine, ich hab keine Munition gehabt Kommt nichts machen Los Versuchen das mal auf die Tour Mist Das war verschenkt Das war verschenkt Leider, leider Aber jetzt glaube ich Weiß ich auch, was die langsam von mir wollen Hier Oh, die wachsen ja nach Oh, wie süchtig Ach, Quatsch Dann mach ich jetzt platt hier, komm Kletten Kletten, alles Kletten, was sich mir in den Weg stellt Und jetzt sollte ich mir nochmal umschauen, ob hier irgendwie noch Munition liegt Das ist mit der Kameraperspektive gerade etwas schwierig Komm, Finger, auf die Finger Abfertigen, komm Ich hab da gerade einen rausverflucht Ich hab da gerade einen rausverflucht Jetzt ist aber mal gut, oder? Ah Ah Oh, da ist es mal eine Zone Oh, da ist es mal eine Zone Was willst du denn jetzt? Aha Einmal rund umsägen Ach Shit Sag, wenn das jetzt tot wird Oh, nein Ich muss aber doch jetzt nicht alles von vorne nochmal machen, oder? Das würde ich dann als künstliche Spielzeitverlängerung beschimpfen Ist nicht wahr. Das ist ja unfassbar. Tja, zu teuer. Alles nur mal von vorne. Das ist bitter. Das tut mir leid. Happy birthday, Julia! Ah, das tut mir leid. So, komm mal her. Ausweichen. Schießen. Schießen. Auf die nächsten Munition hoffen. Komm, gib mir Munition, Leute. Hand weg. Hand weg. Komm, komm. Sei brav. Schuss. Ach, komm. Schüsse. Schüsse. SchläGAN. Schüsse. Ach. 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 Oh, nochmal. Ausweichen. Shit, ich hab vergessen zu drücken. Ich penne. Naja. Das bringt mich jetzt auch nicht um. Hand weg. So. Da drin ein bisschen rumgehäckselt. Und jetzt... Fingerablikado. Gehen wir mal an die andere Hand. Gehen wir mal an die andere Hand. Jesus Christ. So, ihr interessiert mich alle eigentlich überhaupt nicht. Ich will nur den Boss erlegen. Oh, mein Gott, sie sind überall. So. Impressive. Dann haben wir den Supermodus. Und jetzt hoffe ich, wirkt der auch gegen den Killer Billy. Offensichtlich schlicht. Schade. Müsste ich ihn einfach hier gegen die anderen einsetzen da. Ja. Blaster. 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 So, den muss ich jetzt abschießen. Blaster. Oh, fuck. Blaster. 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 Hörfassung. Das ist nicht möglich, er ist zu stark! Der ist nicht zu stark, der ist reif, der Junge! So, Lolli nehmen. So, jetzt kippen deine Hände. So, wie oft muss ich den jetzt noch treffen? Das ist nicht möglich, er ist zu stark! So, jetzt! Konzentration, Herr Fränke. So, jetzt! Kippe auf seine Hände! Stopp moving! Alles reine Nervenssache jetzt! Okay! Das war ziemlich cool! Er hat seine wahre Form gezeigt! Und es ist dumm! Oh! Gott sei Dank! Das war ja ganz schön knapp vorhin dann! Dann hätte ich ihn ja fast schon erledigt gehabt! Jürgen! Jürgen! Können Sie mich hören? Hör auf! Hör auf! Denn unsere Verbindung ist intensiv! Du musst tun, wie ich sage! Okay! Du machst guter Prognügen! Du machst guter Prognügen! Ein Weg wird für dich öffnen, wenn du vorhin stehst! Durch seine Hände und in sein Körper! So! Dann hoffen wir mal, dass er nicht als Arschkriecher rein muss! Weil das wäre ekelhaft! Dann hoffen wir mal! Daddy! Na die, der, der, der... Opfert sich jetzt oder was? Aber mein Vater! Er... Nein! Du musst in die Killebinein-Buddyen, bevor die Halle dein Vater geöffnet hat! Diese Weakness ist in Tidein-Buddyen! Ich... Ich kann nicht! Juliette, hör auf mich! Du musst jetzt gehen! Jetzt! Dein Vater hat getan, was er getan hat, weil er dich vertraut hat! Show ihm, dass er dir richtig glaubt! Okay, Nick... Lass uns das mitmachen! Aber dann mach mal'n platt! Endgültig! Ich... Juh! 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 Juliette, Juh... Juliette! Kannst du mich hören? Ich weiß nicht, was wird später sein. Es ist etwas sehr fröhlich. Es ist etwas Dämonisch, in der Luft. Juh! 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 Oh mein Gott, Dad! Ich hoffe wirklich, dass es das wert ist! Juh!